Hier sehen Sie unsere neueste Entwicklung, das System PlugPlan, das einfachste, flachste und günstigste Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, zu- und Abluftsystem mit Wärmerückgewinnung, das Sie derzeit am Markt finden, speziell entwickelt für den Geschosswohnungsbau, für Neubau und Sanierung, förderfähig, umlagefähig, nutzerunabhängig gesteuert, einzig nackt der Feuchte. Das System ist so flach, dass es, wie es hier zu sehen ist, über der Toilette in der Vorwandinstallation oder aber auch unter der Decke installiert werden kann. Das PlugPlan-Lüftungsgerät ist extrem energieeffizient mit einer Leistungsaufnahme von unter 30 Watt in der höchsten Leistungsstufe inklusive Elektronik. Das System ist seit 2017 auf dem Markt, hat 2017 den Iconic Award gewonnen, hat 2018 den Passive House Component Award gewonnen und im Januar diesen Jahres haben wir den dritten Preis für dieses System, den Barker Award, bekommen. derechos Sie Canon Wir sind als Sieg Mathias Bros.